Ein Ford Transit Sustum steht hier zum Verkauf. Der silberne Van ist 5 Thürich, bietet Platz für 8 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bluetooth, und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,4 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. bilirvenien B bueno. Die schagne selectingARA 0.070 Euro.